Rund 2600 Besucher waren am Wochenende in der Siegerlandhalle zu Gast. Denn bereits zum 21. Mal fand dort die Hochzeits- und Festmesse statt. Auf der von Siegerlandhalle und dem Medienhaus Vorländer organisierten Veranstaltung präsentierten sich über 60 Aussteller. Für den schönsten Tag des Lebens gab es eine große Auswahl an Brautkleidern, Anzügen, Torten, Blumen und vielem mehr. Umfangreich war zudem das Programm auf der Bühne. Neben vier Modenschauen sowie einer Rundumberatung sorgten Sängerinnen für gute Unterhaltung. Auf dem Laufsteg waren die Models aber nicht nur mit klassischen Kleidern in Weiß zu sehen, auch die Festmode für die Gäste war üppig vertreten. Durch kleine Nummern an den Kleidern konnten die künftigen Bräute ihre favorisierten Kleider schnell wiedererkennen. Und schon eine Viertelstunde nach dem Bühnenauftritt konnte der Traum in Weiß wieder am Stand in Augenschein genommen werden. Dutzende Paare wurden am Wochenende auf der Hochzeits- und Festmesse fündig, nachdem sie den passenden Partner schon im Vorfeld gefunden hatten. Und auch für viele Begleiter wurde die Veranstaltung zum Gewinn. Denn im Rahmen des Preisausschreibens, an dem jeder teilnehmen konnte, gab es zahlreiche Preise. Und jetzt werden wir wieder auf dem Bühnen. Untertitelung des Angeines Vielen Dank.